Herzlich Willkommen im FT-Club München, der coolsten Trainingslocation der Stadt. Unsere Location ist einzigartig. Wir haben hier pures Functional Training auf über 500 Quadratmetern. Wir bieten hier vor allem Gruppenkurse, also Kleingruppentraining, das betreut ist von einem ausgebildeten Personal Trainer. Wir versuchen das Training individuell anzupassen an die einzelnen Trainierenden, sodass jeder auf seinem Level, auf seinem Niveau gefordert und gefördert wird. Dadurch, dass wir hier in Kleingruppen trainieren, fühlt man sich immer top aufgehoben. Das bedeutet für mich, dass ich immer weiß, dass wenn ich eine Frage habe oder wenn der Trainer was sieht, dass er eingreift, dass er mir was erklärt, dass er mir hilft, die Übung beim nächsten Mal noch besser auszuführen. Das Workout macht Spaß und man kann sich richtig auspowern. Wir haben hauptsächlich vier Kurse, Mobility, Movement, Strength und Burn. Das heißt, der Name ist Programm und gibt den Fokus vor und trotzdem hat man aber immer ein umfassendes Training. Der Mobility-Kurs ist zum Beispiel dann interessant, wenn man seine Beweglichkeit steigern möchte. Also ich bin jetzt mittlerweile schon knapp vier Jahre Mitglied hier im Functional Trainings Club, kam nach einer schweren Schulteroperation hier rein, hatte massive Probleme, konnte aber durch die professionelle Betreuung durch die Trainer hier innerhalb kürzester Zeit meine komplette Bewegungsfunktion im Schultergelenk wieder erreichen. Im Movement-Kurs haben wir dann, wie der Name schon sagt, viel Bewegung drin, auch ein paar Bewegungsherausforderungen, so ein bisschen was Spielerisches ab und zu mal mit dabei. Und im Strength-Kurs haben wir dann vor allem Übungen mit Widerstand. Das heißt, wir versuchen da krafttechnisch auch progressiv zu arbeiten. Und im Burn-Kurs geht es dann vor allem um das intensive Training. Da wollen wir schwitzen, da wollen wir atmen, schnaufen und spüren, was Anstrengung bedeutet. Und es ist wichtig, dass wir hier nicht nur Training anbieten, sondern dass auch eine Community entsteht und eine Gemeinschaft entsteht. Also sowohl von Seiten der Trainer, aber auch innerhalb der Community stimmt hier die Atmosphäre total. Komm vorbei zu deinem ersten Training im FC Club München. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.